Also zu unserem Vielfalterschema. Wir haben da einige Gruppen zusammengefasst. In der obersten Reihe sieht man ein paar auffällige Falter, die sind relativ schnell zu erkennen, fallen auch sehr auf, weil sie recht groß sind. Zu Anfang will ich noch gerne sagen, auf dem Schema, in der drei Größe, sind die Falter in Originalgröße abgebildet. Also da kann man sich auch denken, wie groß war jetzt der Falter in Relation zu den anderen. Da vorne, die drei, die gehören zu den Ritterfaltern. Da haben wir einen roten Apollo, beziehungsweise der alten Apollo wird auch dazugehören. Dann ein Segelfalter, ein Schwalbenschwanz und dann haben wir da auch noch zwei auffällige Falter, die können aber nicht zu den Ritterfaltern, sondern zu den Edelfalter. Das sind der Trauermantel und die, die zu den Schillerfaltern dazugehören. Das sind Falter, das schaut da ein bisschen komisch aus auf der Abbildung, die schillern ganz schön im Sonnenlicht in so einem Blau und das Blau wird nicht durch Pigmentfarben erzeugt, sondern das sind Strukturfarben. Deswegen kommt das erst raus, das schillern, wenn der Falter sich jetzt in der Sonne bewegt. Deswegen haben wir das eben so zweifarbig eingezeichnet. Einmal eben so dunkler, wenn er jetzt im Schatten hocken tut und einmal im Blau, wenn man ihn in der Sonne sehen tut. Da haben wir die nächste Gruppe, das sind die Weislinge. Da oben haben wir eben die Kohlweislinge, darunter Aurora-Falter und ein Baumweisling. Da haben wir auch aufgeteilt eben teilweise nach Männchen und Weibchen. Da sieht man es schön beim Aurora-Falter. Bei den Schmetterlingen ist das häufig so, dass die Männchen auffälliger gezeichnet sind als die Weibchen. Also das Männchen hat das auffällige Orange in seinem Flügel und das Weibchen ist eher unscheinbar. Hat eben den Grund, dass das Männchen aktiv Weibchen anlocken will. Und das Weibchen will aber eher schauen, dass es möglichst unauffällig ist. Auch gerade deswegen, dass es nicht zur Beute von zum Beispiel Vögeln und anderen Insekten fressenden Tieren wird. Da haben wir eben auch zum Beispiel wieder aufgezeichnet oben beim Kohlweisling Männchen und Weibchen. Die nächste Gruppe, die Gelblinge, gehend systematisch eigentlich auch zu den Weislingen, unterscheiden sich aber charakteristisch durch ihre gelbliche Grundfärbung. Da haben wir dabei einen Zitronenfalter und die Gruppe, wo eben die Gelblinge dabei sind, zum Beispiel die goldene Acht. Da haben wir auch wieder Männchen, recht auffällig, in so einem richtig knalligen Gelb und das Weibchen ist ein bisschen blasser. Bei den Gelblingen ähnlich. In der nächsten Gruppe haben wir ein paar Falter, die werden viele von euch schon kennen, beziehungsweise kennst du vielleicht auch schon. Das sind die zwei Wanderfalter, der Admiral und der Distelfalter, so wie das sehr bekannte Dagfaunauge und der kleine Fuchs. In der Gruppe würde jetzt zum Beispiel auch noch ein Zeefalter hinein gehören. Als nächstes haben wir Bläulinge und Feuerfalter. Da haben wir auch wieder unterschieden zwischen Männchen und Weibchen. Da, Männchen, Weibchen. Auch wieder die Männchen auffälliger in den meisten Fällen. Dabei die Bläulinge in einem schönen, satten Blau. Die Weibchen wieder eher bräunlich gedarnt. Und die Feuerfalter heißen eben Feuerfalter, weil sie eben so orange-rötlich seien. Die Gruppe sind die Augenfalter. Die erkennt man dadurch, die haben Augenzeichnungen auf ihre Flügel sozusagen. Da gehören das Ochsenauge dazu, der Mohnfalter, der Schonsteinfeger und das große und das kleine Wiesenvögelchen beispielsweise. Wer zum Beispiel auch noch in die Gruppe hineingehört und da nicht gezeigt wird, ist das Schachbrett. In der nächsten Gruppe haben wir zwei, die sich auch teilweise ein bisschen ähnlich schauen. Das sind nämlich die Bermutfalter und die Scheckenfalter. Die Bermutfalter kann man dadurch erkennen, dass die meisten von ihnen auf ihrer Hinterflügelunterseite so wunderschönen Bermut glänzende Flecken drauf haben. Das sind die weißen Flecken. Die glänzen wirklich wie so eine Perle. Wer zu den Bermutfaltern an oder zurück gehört, ist der Kaisermantel. Den kennst du vielleicht. Und die Scheckenfalter, die haben auch so eine scheckige Zeichnung. Und denen fehlen aber die Bermutflecken auf der Flügelunterseite. Also du siehst da immer in dem Fall einen Falter von oben und einmal umgedreht von der Unterseite. Und die letzte Gruppe, was ich da noch zeigen will, sind eben die Dickkopffalter. Und da unterscheiden wir eben Dickkopffalter in orange einfach. Da gibt es mehrere verschiedene Arten. und die Würfeldickkopffalter. Die sind dunkel und haben eben so eine Fleckenzeichnung auf die Flügel drauf. Die einzelnen Arten sind nachher relativ schwer zu unterscheiden, aber die erkennt man eigentlich, die Gruppe erkennt man sehr gut. Die kleinen Falter sind meistens relativ schnell und wie man schon am Namen hört, haben einen relativ breiten Kopf. Das waren jetzt im Großen und Ganzen der Überblick über unser Tagfalter Schema. angelausende gut gut Vielen Dank.